Also zum Beispiel, er möchte allen Leuten die Hände schütteln, ich möchte an meinen Bundesminister nass machen. Was zu der Zeit der Studentenproteste vielleicht ein prima Gag mit politischem Charakter gewesen wäre, hat jetzt einen anderen Beigeschmack. Denn 68 ist Geschichte und die Politikerattentate der RAF sind Realität. Ich meine, ich hätte mir das vorher nicht überlegt. Es war doch klar, dass Herr Teufel so etwas mir gegenüber machen würde. Ist doch klar. Ich habe mir solch fertig überlegt. Ich sage Ihnen eins, ich bin ein Arbeiterjunge. Ich lasse mir Dinge nicht gefallen.